Würde ich jetzt nehmen. Würde ich jetzt fühlen. Ah nee, also gestern war wieder so eine Sache. Ey, das ist ein Totti, ich gehe kaputt. Das ist ein Totti? Das ist Benni, Jürgen? Aus dem Fußschau-Pack? Komm rein, ich zeige es dir, ich drehe durch. Wie geil. Das ist das Hammergeil. Ist das geil. Vorschau-Pack-OP. Komm rein, guck es dir an. Guck es dir an. Oh Gott, im Himmel. Danke. Was kostet? Was kostet denn da Bellingham? Oh, der muss schocken. Das kostet nichts. Das ist so geil. Jummi! Was ist das real? Vielen Dank.